willkommen zurück bei Let's Play Chrono Trigger wir sind immer noch im Keller nachdem wir in eine Falle von Ossi reingemachiert sind deswegen haben wir uns aufs Roll ich glaub 2 3 hier naja fast das so ist in der Schleifung aber der Ausgang ist immer woanders ich will nicht diese Kristalle oder Feen oder Schlumpfwichse was immer sein soll kämpfen naja Betonung liegt auf Kämpfen dann bin ich eigentlich schon mal angegriffen ich glaub nicht aber irgendwie mach ich dir noch immer weniger Schaden ok so als Masamune Special Attack von Frog die ist natürlich etwas stärker du 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 äh wo ist der Ausgang ach wie immer hier ok jetzt war der Speicherpunkt hier vielleicht ja ja also hier mhm aha und wieder in der Falle exakt hm und wieder kämpfen gegen die bösen, bösen Kristalle ja bitte auch wohl nicht jawoll ja gut von Maler war ich nicht dass die einen Schaden von 10 bei denen macht von Krono allerdings schon das soll in der Scheiß jetzt Krono entgehen wieder 2 jawoll wichtig sehr wichtige äh Fähigkeit oh ne oh ey wenn ich diesen Bastard in die Hände kriege ey ey wenn der mir nur einmal über den Weg läuft ey schwör ich baller den so zusammen diese fette hässliche Qualle was es sein soll ich hab schon 3 Minuten von dem Video verschwindet nur irgendwie wegen diesem scheiß Bastard und seines Drecks fallen mal putzig der Angriff äh weiter ja also ja wegen habe ich alle Fallen aufgedeckt ja dann kann ich den richtigen Weg sein so aber unmöglich ich naja ich hab mir abhaut der Drecksack kann ich eigentlich was machen nö da bleibt bloß stehen du Wichser naja schon wieder so ein scheiß hm Polybomber oh 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 ok die können es gleich wie diese Bombe entfallen wenn sie sehen aber sie machen die weniger Schaden ah ich hab mir auch schon die Attacken ah ich hab mir auch schon die Attacken ah ist klar gesetzloser sind die auch noch da oben sowas schon höher ok dann machen wir jetzt gewittert 2 mal schauen wie das sieht auch gleich viel besser aus naja ok dann nochmal mal ich muss dann nochmal aufschlagen weil er jetzt macht es ja nochmal Beteiligung so und es ach heilen stepp wasser und nochmal angriff dann macht sie äh heiß oder auch nicht weil es viel tot ist vor der reichte ich denke ich stufe juhu so ah noch ein gesetzloser oh da ist aber mutig da will er gegen uns kämpfen hohen hohen komforte so und weiter ok kommt eine kugel runter 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 gut geschafft kommt die nächste kommt die nächste guck mal genau aussitzen können gegen den muss ich wohl kämpfen gegen den bösen zettel ach ne wir haben die kugel kämpfen natürlich schon wo der angreift ist klar auf den gesetzlosen weg ist er so ist dann auch schon rüber schalten für den fall dass irgendwas kommt bei diesen aus die typen weiß man ja nie hier müssen wir nicht items ja dafür besser und voller ap wuhu der nächste start und start schon dann vorbeigekommen hey das war dann geht und dort ist er und weiter ja sind um angekommen noch mehr folter kann man aber auch nicht aufzug nach vier gesetzten ein zwei gesetzlose und zwei was soll man zwei groupies niedlich ein die ist mit der karte mit hohe eine auf kommende oder was oh man gut äh da ist einfach nur geil ja die halten nicht viel aus ähm die können nicht wieder einstecken nochmal so ja 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 ich komme mir bekannt vor und weg sind sie auf zum weg nach aussie naja die nächste vier ja oh je mal gewitter zwei auf alles ja das sieht das ganze anders sieht besser aus ok er kopiert jetzt war ja auch so was ich war aber schwer so was er ist der oma und mal du kross den rechten an so gleich ist leichter blitz 2 einsetzen und die hoffentlichkeit pusten weil ich mir dran kommen ja vorher gewangst jetzt verreckt schön der sich stylisch aus leute also wieder einsetzen mit dagegen ja wohl und level ab so ist eigentlich so viel auf 24 72 und 23 nein bitte keine falle bitte keine gute treten und nicht um höhere einmal gewitter auf alle greift ihr die da oben mal physisch an so jetzt warte ich nämlich kurz dass ich die nämlich noch schnell die da unten angreifen physisch dann kann ich nämlich gewitter 2 auf alle die da unten angreifen